Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Herzlich willkommen, hier ist der Fernruf im Kontrafunk. Und liebe Hörer, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist. Haben Sie Ihren Geburtstag schon mal vergessen? In diesem Falle ist mir das doch glatt durchgerutscht oder fast zumindest. Der Fernruf ist doch klammheimlich ein Jahr alt geworden. Am 7. August 2023 lief die erste Sendung und seitdem hatten wir Deutsche, Österreicher und Schweizer Auswanderer aus Kolumbien, Dänemark, Schweden, Australien, Paraguay, Togo, Sanzibar, Frankreich und Spanien und, 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 die alle ihre Auswanderergeschichte zum Besten gegeben haben. Und an dieser Stelle ist es auch einmal Zeit, allen Teilnehmern herzlich Danke zu sagen dafür, dass sie ihre Geschichte und ihre Erlebnisse mit uns geteilt haben. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Ihnen, liebe interessierte Hörer, ganz herzlich fürs Interesse an Fernweh, fremden Kulturen und natürlich der landestypischen Musik, die wir immer am Ende unserer Gespräche hören. Beenden werden wir diese Sendung mit einem Klassiker, das will ich schon mal versprechen, bei dem man auch Lust hat, danach auf dieses Jubiläum so ein bisschen anzustoßen. Heute freue ich mich über einen Gast aus Kanada. Er stößt sicherlich mit Bier auf das einjährige Bestehen des Fernrufs an, denn Jochen Pfarr lebt in Calgary und braut deutsches Bier. Und uns erreichte der Ferneruf aus Griechenland von Hannelore Weber. Was sie aus dem alten Land der Götter zu berichten hat, da dürfen Sie gespannt drauf sein. Ich bin Gernot Stanowski. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören den Fernruf hier im Kontrafunk. Liebe Hörer, Kanada ist bekannt für seine Liebe zum Eishockey, seine vielen Seen, sein wunderbares Einwanderungssystem, was sich ja viele immer abschauen wollen, das berühmte kanadische Modell und seine atemberaubende Natur, Lachsfischende Beeren inklusive. Das, worauf man vielleicht nicht im ersten Moment kommt, ist aber sehr erfrischend, schmackhaft, prickelnd und sehr, sehr deutsch im besten Sinne. Das Bier nämlich. Jetzt hier im Fernruf ist ein Mann, der seit 16 Jahren bereits in Kanada lebt, der seit Kindesbeinen, ja man muss fast sagen, Bier im Blut oder zumindest im Kopf hat, denn er braut in Kanada, in Calgary, in Alberta, seine eigene Biermarke nach deutschem Reinheitsgebot. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Jochen Pfarr. Hallo Gernot. Ich habe es gerade gesagt, du hast das Bier mehr oder weniger mit der Muttermilch aufgesogen. Dein Vater war nämlich in der Fürstenberg Brauerei im nahegelegenen Donau Eschingen. Was hat dich da so geprägt, dass du dann später zum Bier gekommen bist? Eine von meinen ersten Erinnerungen wirklich war, die haben ein Depot gehabt in Radolfzell am Bodensee. Da hat mein Vater dann dort gearbeitet, bevor er dann nach Donau Eschingen in die Hauptbrauerei ist. Und einige von meinen ersten Erinnerungen war, durch das Depot zu trapsen, da war ich vielleicht drei oder vier. Und die ganzen Kisten von Bier hochgestapelt bis an die Decke zu sehen, das hat mich dann damals schon wirklich sehr beeindruckt. Ich denke, da hat es dann angefangen, denke ich. Also um das abzurunden, also du kommst aus Ebringen, ausbildungsmäßig, was hast du gemacht, wie alt bist du und was für eine Familie hast du eigentlich im Gepäck hier in Kanada? Ich bin 42, ich habe eine Frau und ein Kind, mein Sohn Max. Ich habe in meiner Ausbildung in Deutschland bei, damals hieß es Lawson Marden, das ist ein Alkan Packaging, in Singen als Fachinformatiker gemacht. Und dann war ich an der FH Furtwangen, habe dort Bioprozessingenieurwesen studiert. Während meines Bachelors dort habe ich ein Jahr an der University of Calgary verbracht, als ein Exchange Student quasi. Bin dann wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen, nach Marl bei Recklinghausen und habe bei Evonik meine Bachelor-Thesis gemacht. Und dann bin ich wieder zurück nach Calgary und habe dann meinen Doktor in Biomedical Engineering gestartet, quasi in Stammzell und Schuhculture Technologies. Okay, dann kann man also auch sagen, so von der Motivation war es nicht, weil du unbedingt nach Kanada gehen musstest, weil du jetzt gesagt hast, hey, die haben so tolle Flüsse und ich muss da mal rauf und runter paddeln. Nein, das war tatsächlich beruflich und dann bist du da auch hängen geblieben. Die lustigste Geschichte darüber war, ich habe während meinem Undergrad gesagt, ich muss irgendwas anderes sehen. Eine andere Kultur, ein anderes Land, irgendwo hin ein bisschen mehr meinen Horizont erweitern. Und da habe ich rumgeschaut, wer hat denn ein Masters of Biotechnology? Und Calgary war eins und dann war es eins in Shanghai und dann war es in Rio und dann war es in Peking. Und da habe ich mal alle angeschrieben und da habe ich nach den Flügen geschaut und da gab es einen Condor-Flug von Frankfurt nach Calgary direkt für 29 Euro. Da habe ich gesagt, ja, Calgary ist es. Und so bin ich dann nach Calgary gekommen. Wie hat sich das Ganze für dich entwickelt bzw. was würdest du sagen, was hast du für eine Entwicklung durchgemacht? Als jemand, der aus einem ganz kleinen Ort auch kommt, der ein bisschen spontan ist, wie wir gerade gehört haben. Was hat Kanada und was hat dieses ganze, ja, dein beruflicher Werdegang mit dir hier so gemacht? Der Fokus für mich damals, dass ich hergekommen war, ist, ich muss was Neues sehen. Einstellungen bei Leuten in kleinen Dörfern können manchmal ein bisschen anstrengend sein. Da habe ich mich nie so wirklich wohl gefühlt quasi. Ich war immer ein bisschen anders dafür. Deswegen musste ich für mich selber einen Schnitt machen. Und wenn man eine Familie gründet, dann ändert sich der Fokus. Und man wächst mit der Familie und speziell mit Kindern, seit ich Vater bin. Irgendwas hat sich da geändert, denke ich. Und dann auch die eigene Firma zu haben, das war mein größter Sprung. Weil die Realisierung, dass sobald man eine Firma mit Angestellten hat, und ich habe ungefähr zehn oder zwölf jetzt im Moment, die Angestellten, die ich habe, die verbringen ihre Lebenszeit acht Stunden am Tag in meiner Firma. Und deswegen muss ich da wirklich auch, der größte Druck für mich ist es, dass die sich dort wohlfühlen, dass die nicht denken, dass die Zeit wirklich verschwendet ist, bei mir zu arbeiten. Wie kommt denn das, was du da machst, das Fahrbier, wie du es getauft hast, wie kommt es denn bei den Kanadiern so an? Also wie stehen die Kanadier zu deutschem Bier? Weil eins muss man ja schon sagen, deutsches Bier ist einfach schmackhafter. Wie kommt es bei den Kanadiern so an? Das kommt schon sehr gut an. Wir haben unsere eigene Nische hier eingerichtet für uns selber oder aufgebaut, weil wirklich keiner das Bier braut, wie wir brauen. Ich sage ja meistens, der größte Unterschied ist wirklich ein deutsches Bier. Der Fokus ist an der Technologie und wie man das Bier braut. Und das nordamerikanische Bier, was haut man denn da rein? Hier gibt es Biere, die haben Passionsfrucht, Mango, Ananas, Sauerbier. Da gibt es wirklich viele davon und ich nenne sowas halt nicht Bier. Das sind Trends, die hier sehr beliebt sind und diese ganzen Fruchtbiere und Sauerbiere sind hier sehr beliebt. Aber als ich die Firma, die Brauerei gestartet habe, habe ich gesagt, ich ignoriere alle diese Trends. Und ich sage einfach nur, das deutsche Bier ist jetzt 500 Jahre alt oder mehr als 500 Jahre alt. Das hat einen Grund, warum das da so langlebig ist. Und es macht hier keiner. Das waren vielleicht eine oder zwei Brauereien in Kanada, die machen das ähnlich, aber auch nicht als Vollzeit. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das. Und so habe ich es dann gemacht. Jetzt, wo wir von deiner Geschäftsidee schon gesprochen haben, für andere Auswanderer, die sich es gerade noch überlegen, ist es ja nicht mehr so, gerade in Kanada, dass ich herkommen kann und sage, ich reise jetzt mal ein. Ich habe ein bisschen was im Gepäck. Dann miete ich mir irgendwo eine Wohnung und dann schauen wir mal. Man muss da alles durchlaufen. Das muss irgendwie Sinn und Verstand und vor allem auch für den kanadischen Staaten Vorteil haben, dass man hierher kommt und ein Leben beginnen möchte. Was muss ich denn wissen für den Prozess der Einwanderung? Welches Wissen macht es mir denn leichter, hier anzukommen? Also Englisch garantiert. Man muss hier einen Englisch-Test machen. Und da gibt es dann Punkte dafür, wie gut man im Test war. Und dann gibt es Punkte für die Ausbildung und Location, die man hat. Und je mehr Punkte man kriegt, desto einfacher wird es mit der Einwanderung. Jobangebot hilft ungemein. Als ich hierher gekommen bin, war ich hier auf ein Studentenvisum. Als deutscher Staatsbürger kann man hier für sechs Monate studieren ohne Visum. Jedenfalls war es damals so, denke ich. Ich hatte immer ein Studentenvisum. Und dann, wenn man hier einen Kurs beendet oder ein Degree bekommt von einem kanadischen Institut, kann man sich für einen Postgraduate Work Permit bewerben. Das ist relativ einfach zu kriegen. Und das sind dann drei Jahre, wo man dann einen Work Permit hier hat. Und das gibt einem dann die Zeit, Permanent Resident zu beantragen. Und dann nach einer bestimmten Zeit, fünf Jahre als Permanent Resident, kann man sich dann auf ein Citizenship beantragen. Ich habe es auf eurer Homepage gesehen. 20. und 21. September ist ein ganz wichtiges Datum. In Deutschland, in München, fängt da das München Oktoberfest an. Und genau zum selben Zeitpunkt habt ihr auch ein Oktoberfest, nämlich in Calgary, geplant. Das würde mich interessieren. Taken sich die Kanadier da auch so schön auf mit Dirndl und Lederhose und Hut? Habt ihr da Trachtengruppen? Macht ihr auch eine schöne Festmaß, eine Fahrfestmaß, wenn du so willst? Also, wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Also, es ist jetzt das vierte Jahr, dass wir das Oktoberfest machen. Und jedes Jahr hat es sich quasi verdoppelt. Dieses Jahr erwarten wir ungefähr 4.000 Leute für die zwei Tage. Wir machen auch ein Oktoberfest mit den Edmonton Oilers, mit dem NHL-Club dort. Da sind es ungefähr 30.000 Leute. Also, im Oktober sind hier alle deutsch, komischerweise. Genauso wie an St. Patrick's Day sind die alle irisch. Wir haben ein spezielles Bier, das wir machen, einmal im Jahr dafür. Wir haben Fässer natürlich. Wir haben Glasmaß, also ein Liter Glaskrüge. Wir haben eine deutsche Drei-Mann-Band. Wir haben eine Schuhplattler. Wir versuchen es wirklich mehr als ein kultureller Event und ein bisschen lustig zu machen. Ich sage immer auf Englisch, heißt es Stereotypes are useful, they save a lot of time. Aber es kommt gut an. Die fahren komplett drauf ab, weil es ist ein ganz anderes Flair, was die hier eigentlich kennen. Hier in Calgary gibt es das Calgary Stampede. Die nennen sich The Greatest Outdoor Show on Earth. Aber das ist alles Cowboys. Und Rodeo, das kennen die hier. Aber sowas wie ein Oktoberfest, das kennen die hier eigentlich gar nicht so wirklich. Es gibt auch keine Brauerei, die eins hält. Wir sind die einzigen wirklich. Das wird jedes Jahr größer, besser, spaßiger, flüssiger. Das ist immer ganz interessant. Man kann diese Reaktionen auf das Bier, gerade das deutsche Bier, ja auch tatsächlich live und in Farbe beobachten, wenn man auf der Münchner Wiesn ist. Die Leute vertragen es oftmals nicht so gut und es macht auch was mit einem. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich Bier so in der Wirkung? Vielleicht sollte ich es ja nicht sagen als Bierhersteller, aber ich sage es trotzdem. Für mich ist Bier wirklich ein Highlight für einen guten Abend. Ein guter Abend sollte nicht über das Bier sein. Das Bier sollte das wirklich unterstützen. Einfach eine gute Zeit haben und dann mit Bier, aber nicht das Bier haben, um eine gute Zeit zu haben. Wirklich nur als Akzent. Für mich ist es wirklich wichtig, dass in einem Oktoberfest, das wir machen, wenn man hingeht und dann verlässt man das Fest wieder und sagt, heute habe ich mit 20 Leuten gesprochen, die ich sonst überhaupt gar nie irgendwie getroffen hätte. Ich habe die davor nicht gekannt und jetzt habe ich 20 neue Freunde. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Gegend, in der du lebst. Das heißt, ich hörte auch, dass es unabhängig jetzt davon, dass ihr da seid mit einer sehr deutschen Eigenschaft, nämlich dem Bierbrauen, dass es da auch sehr viele Deutsche geben soll. Oder zumindest eine gewisse spürbare deutsche Minderheit mit deutschen Bäckereien auch und so weiter in Calgary. Gibt es da auch eine gewisse Auswanderer oder deutsche Community, der man sich, wenn man noch gar nicht so richtig Fuß gefasst hat, auch vernünftig anschließen kann? Ja, da gibt es ein paar hier. The German Canadian Club ist eins davon. Es gibt ein paar Vereine hier, die sich auf deutsche Einwanderer spezialisieren. Wir haben auch ein Generalkonsulat in Calgary, Honorarkonsulat eigentlich ist es eher, die Botschaft ist in Vancouver. Und dann in BC, die Provinz bei den Rocky Mountains, da gibt es sehr viele deutsche quasi Städte, wo viele deutsche Auswanderer eigentlich wirklich hingehen. Die deutsche Eigenschaft ist wirklich mehr ein bisschen, ich rede mit den Leuten, die ich kenne. Das ist es und das sind sie dann manchmal ein bisschen schwer zu finden. Aber wenn man sie findet, dann sind sie schon sehr offen. Offen, das ist vielleicht noch ein Stichwort und etwas, was Kanada charakterisiert, Fragezeichen. Wie siehst du Kanada als Einwanderer? Also was muss man als Einwanderer auch darüber wissen, wie die Leute hier so ticken? Welches Verhalten sollte ich an den Tag legen, damit ich auch gut zurechtkomme in dem Leben? Die größte Erfahrung, die ich hier gemacht habe, als ich direkt am Anfang hierher kam, war, Kanadier generell sind relativ unkonfrontativ. Viel wird zwischen den Zeilen gesagt. Ich sage es immer als ein halber Witz. Die sind hier so freundlich, dass sie einem direkt ins Gesicht lügen. Die Kultur hier ist so, dass ich sage eine Meinung, die ich habe. Und wenn jemand hier nicht zustimmt, die sagen hier, nee, das so denke ich nicht. Die sagen hier, ich sehe, was du meinst. Und wenn man als Deutscher nicht herkommt, da wirklich für mich war es wirklich schlimm. Und er sagt, no, I don't think so. So denke ich halt gar nicht danach. Dann ist das für die eine Beleidigung fast. Und von dem her sind die relativ indirekt. Fast so ein bisschen britisch, ne? Eher schweizerisch, denke ich, ja. Ich meine, der britische Einfluss hat es ja auch hier. Es ist eine britische Kolonie. Der Head of State ist King Charles. Der britische Einfluss ist wirklich hoch hier. Calgary ist ein schottischer Name. Die Kultur ist wirklich sehr ähnlich wie in Deutschland. Und dann gibt es diese Feinheiten, wo man dann über Details stolpern kann. Wie ist denn das alltägliche Leben für dich so? Was sind denn so die Themen, die einem, wenn man in Kanada lebt, immer so begegnen, wo man sagt, oh Mensch, das könnte aber besser sein? Service, Lebensmittelpreise, die sind hier extrem hoch. Also speziell, wenn man wirklich gesund essen will, dann muss man schon relativ viel ausgeben dafür. Weil die meisten Früchte und Gemüse sind dann hier importiert, weil der Sommer hier relativ kurz ist. Und die langen Wege. Ja, ich meine, die Brauerei ist außerhalb von Calgary. Ein Weg hin ist ungefähr 40 Minuten für mich, von meinem Haus zur Brauerei. Und das ist relativ kurz. Das ist gar nichts für den Weg zur Arbeit. Man braucht hier ein Auto. Die Autoversicherungen generell sind hier wirklich teuer. Ich habe eine Statistik gelesen. Die Handyverträge hier sind die teuersten überhaupt weltweit. Also generell, wenn es zu Lebenskosten kommt, das ist schon viel höher hier, finde ich, wie in Deutschland. Kosten sind natürlich nicht alles, aber machen einiges aus. Warum zieht es einen dann trotzdem in die Gegend? Bei dir war es jetzt so, dass du familiär auch dort hängen geblieben bist, dass du dort deine eigene Brauerei aufgemacht hast. Klar, dort ist deine berufliche und familiäre Mitte. Aber was zieht die Leute denn, wenn es Calgary als Strudel, als wirtschaftlichen Strudel oder Magnet gibt, was zieht die Leute denn da hin, wenn es doch ein paar Preisprobleme, sage ich jetzt mal, gibt? Also was macht die Gegend attraktiv? Es ist nicht alles schlimm hier. So klang das jetzt auch gar nicht. Also wir warten hier nicht 18 Jahre auf einen Trabi. Ich meine, Calgary ist Öl und Gas und die bezahlen hier schon sehr heftig, wenn man in der Schiene ist. Aber was mir wirklich hier gefällt, speziell in Alberta und speziell in Calgary, ist, wenn man nach Westen fährt, das ist eine Stunde und man direkt in den Rockies, Rocky Mountains und die sind halt schon unglaublich. Aber mir eigentlich gefällt es Richtung Osten besser und dann fährt man dann in die Badlands. Und die sind eine von oder die reichsten Fossil-Funde weltweit. Und die finden da T-Rexes, alle möglichen Dinosaurier und das ist schon sehr, sehr cool dort. Man läuft dort auf einen Hike, auf eine Wanderung und man quasi stolpert über Dinosaurierknochen. Ja, da muss man neidlos anerkennen, gerade T-Rex-Knochen, das ist etwas, was es in Deutschland jetzt nicht so gibt. Aber was vermisst du denn in Kanada, was es in Kanada zum Beispiel nicht gibt, aber in Deutschland? Lustigerweise hast du dir eine der Sehnsüchte, nämlich das Braun, quasi mitgebracht. Aber was ist das, wo du drauf schielst, wo du sagst, Mensch, das vermisse ich dann doch an Deutschland? Käse. Wenn ich in Deutschland wirklich in den Supermarkt gehe und da gibt es eine 30 Meter lange Käsetheke, da bin ich dann im Himmel. Hier gibt es ein paar Käse, aber die sind dann komplett überteuert. Generell Lebensmittel einkaufen. Also wirklich, als ich noch in Deutschland war, war ich vielleicht zwei, dreimal pro Woche in den Lebensmittelmarkt, habe gekauft, was ich brauche. Und hier geht man einmal die Woche einkaufen und da geht man halt auch viel aus und man wirft halt auch viel weg. Wirklich die kurzen Distanzen. Ich mache immer hier den Witz, wenn man irgendwas länger als eine Stunde Autofahrt, dann packt man hier ein Brot mit oder eine Brotzeit mit. Und hier drei Stunden Autofahrt, fünf Stunden Autofahrt, ja, ist ja gar nichts, das mache ich da. Einmal im Tag hin und dann wieder zurück, das geht das dann schon. Dann muss man sich auch wirklich so alles in Relation sehen, weil die Provinz, wo ich bin, Alberta, die ist fast genau zweimal so groß wie Deutschland und da sind dann vier Millionen Leute drin. Und Kanada hat 40 Millionen Einwohner jetzt. Findest du das schön? Gefällt dir das, dass man theoretisch so viel Platz hat? Es ist natürlich nicht alles bebaubar, es ist nicht überall Infrastruktur, die Orte, wo man leben kann, sind natürlich beschränkt und geballt. Aber allein so dieses Wissen, ich fahre jetzt vielleicht irgendwo hin, wo ich mal fünf Stunden lang auf der Straße vielleicht nur zwei Autos sehe und da, wo ich hinfahre, nur 30 Leute leben, so nach dem Motto. Also hat das seinen Reiz? Absolut. Wir sind auf einem Camping-Trip und der ist dann zwei Stunden auf einer Kieselstraße und drei Stunden außerhalb vom Handyempfang. Wenn man den ganzen Tag am Handy ist wegen Beruf, dann ist das schon eine sehr willkommene Abwechslung. Diese Todzonen, die hat man überall hier, weil es ist wirklich ein großes Land und das hat einen Vorteil auch, finde ich, manchmal. Ist das denn in Kanada gang und gäbe? Also auch so eine Art Volkssport, dass man sagt, so, wir machen jetzt mal den Pick-up voll, wir fahren übers Wochenende raus aus der Stadt, rein in die Berge oder ran an den Fluss. Also ist das quer durch die Bevölkerung? Ist das so ein gemeinsames Hobby oder auch so die Erkenntnis, dass es das ist, was einem wieder die Kräfte gibt? Ja, ich meine, am Wochenende gibt es einen Stau aus der Stadt raus, weil die gehen alle in die Berge. Die gehen wandern in Bergen oder die gehen Camping, Fishing, Angeln. Manche, die mögen in der Stadt zu bleiben, viele fliegen irgendwo hin im Sommer, viele gehen in die Berge. Aber wirklich jedes Wochenende, Leute gehen aus der Stadt raus, garantiert. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende unseres Gesprächs und jetzt haben wir eine kleine Runde durch deinen Mikrokosmos und den kanadischen gemacht und finde ich schon ein ganz gutes Bild auch bekommen, was Kanada ausmacht, aber auch was dein Leben ausmacht. Aber jeder hat vielleicht auch so Minuten oder Stunden der Selbstreflexion, deswegen unsere Schlusskategorie ist der Fernruf, so wie die Sendung quasi heißt. Welche Weisheit ist dein Fernruf, den du für andere Auswanderer so aus deiner eigenen Auswanderungsgeschichte so zum Besten geben kannst? Als ich hier nach Kanada gekommen bin, habe ich mir wirklich ein neues Leben aufgebaut. Und das ist wirklich hart, aber es kann wirklich schon extrem viel zurückgeben. Und man kann sich wirklich auch als Auswanderer das Leben so arrangieren, wie man will. Mit ein bisschen Willenkraft, aber auch extrem viel Glück. Glück ist, wie man vorbereitet ist und wie stark man es wirklich will. Lieber Jochen Pfarr, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir, alles Liebe nach Kanada, viel Spaß beim Bierbrauen und wenn es dann soweit ist, beim Oktoberfest. Vielen, vielen Dank für das Interview. Liebe Hörer, Sie kennen dieses wunderbare Lied der steirischen Austropop-Legendengruppe, muss man fast schon sagen, STS. Und irgendwann bleib ich dann dort, lass euchs liegen und stehen, geh vor daheim vor immer fort. In dem Lied beschreibt der Sänger das unglaublich entspannte Gefühl, wie es sich an einem griechischen Strand im Sand in der Sonne anfühlt, wie man einen Rotwein trinkt und ihn sich gönnt und einfach aus der Hektik des Alltages aussteigt. Eine, die dieses Lebensgefühl vielleicht, hoffentlich auch lebt, ist die Rentnerin Hannelore Weber. Sie ist nach Griechenland ausgewandert und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen im Fernruf, Hannelore, grüß dich. Hallo, grüß Gott und Kalimera, wie man hier sagt. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du, wo kommst du ursprünglich her und wo in Griechenland bist du mittlerweile? Also, ich bin geboren in Hamburg und bin mit 50 Jahren nach Griechenland ausgewandert. Ja, auch durch das tolle Lied von STS, irgendwann bleib ich mal dort. Ich hätte nie geglaubt, dass sowas funktioniert. Aber, wie gesagt, Umstände haben es mir ermöglicht. Ja, und nun bin ich hier und lebe auf der Insel Egina. Das ist die erste Insel vor Athen. Das heißt, Stauhauptstadt ist schnell zu erreichen mit der Fähre. Ärzte, auch kein Problem. Also alles hier, so wie man sich es als Deutscher, würde ich mal sagen, vorstellt. Herrlich. Stauhauptstadt hast du gerade gesagt. Athen als Stauhauptstadt, da ist ja auch nicht nur die berühmte Sonne Athens oder Griechenlands sprichwörtlich, sondern auch so dieser Dunst, der immer der Stadt immer drüber liegt, oder? Oh ja. Und den sehen wir von hier ganz besonders gut. Das ist unglaublich manchmal. Also wir haben hier dann strahlend blauen Himmel und dort drüben hängt die Dunstglocke. Es ist Wahnsinn. Es ist herrlich. Man stellt sich ja eigentlich unter Griechenland immer so ein bisschen was anderes vor. Aber es ist wenigstens gut, dass du auf einer Insel lebst. Die griechischen Inseln sind natürlich auch weltberühmt, auch auf der einen Seite aus touristischer Sicht, aber auf der anderen, weil Griechenland ja immer gerade in der Antike sich selbst beschrieben hat, wie Frösche, die um einen großen Teich sitzen oder eben auf Seerosenblättern die Inseln in diesem Teich. Würdest du sagen, dass dieses Inselfeeling so ganz typisch griechisch ist? Leider nicht mehr. Also ich bin jetzt seit, wie gesagt, vor 30, vor 32 Jahren das erste Mal meinen Fuß auf diese Insel gesetzt, mich total verliebt und fühlte mich einfach nur wie in einer anderen Welt. Es war nur, ja, herrlich, traumhaft, wunderbar, anders halt, 100 Jahre zurück. Alles war, ja, noch so einfach und unproblematisch. Das ist leider vorbei. Also ich kann nur jedem raten, der heute meint, so etwas zu tun, sich das sehr, sehr gut zu überlegen. Es ist alles, riecht mir das, was es war. Leider. Und jeder hatte ja so eine Auswanderungsgeschichte. Wie bist du auf die Idee gekommen oder war das so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind? Ich habe von Auswandern überhaupt nicht gesprochen. Ich hatte damals noch eine kleine Einzimmerwohnung in Deutschland, die ich erstmal belassen habe. Dann habe ich hier meinen leider verstorbenen griechischen Mann kennengelernt, habe mich entschlossen, ganz hier zu bleiben und habe die Wohnung in Deutschland gekündigt. Punkt. Aus. Erledigt. Das heißt, ich hatte weder in Deutschland einen Wohnsitz noch offiziell hier. Nachdem wir aber geheiratet haben, war die Antwort des Bürgermeisters, ab jetzt ist der Mann ihrer Aufenthaltsgenehmigung. Also war das ganze Thema sank und klanglos über die Bühne gegangen. Ich weiß wirklich nicht, wie der offizielle Weg gewesen wäre. Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Brauchte ich zu dem Zeitpunkt mich nicht drum zu kümmern. Aber das ist ja herrlich. Das sind ja, wie soll ich sagen, die Umgehungen von Bürokratie, wie man es sich irgendwie in Griechenland so vorstellt, oder? Funktioniert das heutzutage immer noch so? Oder ist das mittlerweile auch schon ein bisschen mehr Bürokratie, mehr EU, mehr, da guckt der Staat dann drauf und so weiter? Absolut. Alles viel, viel, viel mehr gewonnen. Ich muss jetzt hier in Griechenland eine griechische Steuererklärung auf meine Rente machen. Das Problem ist, dass ein Grieche 9000 Euro Freibetrag hier hat. In Deutschland hätte ich 11.000. Aber ich bin keine Griechin. Also soll ich jetzt meine komplette Rente versteuern? Die komplette. Verstehst du? Das ist also der Oberhammer. Ich bin auch noch nicht damit durch. Ich habe also noch nichts bezahlt. Ich bin da nicht bereit zu. Das sind 1000 Euro. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Da gibt es viele Dinge, die sind einfach noch nicht so, wie wir es aus Deutschland kennen. Was ich allerdings sehr, sehr wichtig finde, ist die Krankenversorgung hier. Man bleibt weiterhin als Rentner in Deutschland krankenversichert, wenn man dort, und das tue ich, seine deutsche Rente bekommt. Diese deutsche Krankenversicherung, die man hat, arbeitet hier zusammen mit der griechischen IK, nennt es sich, wie bei uns die AOK. Und dort wird immer alles verrechnet. Das heißt, wenn ich hier zum Arzt gehe oder mir meine Medikamente aufschreiben lasse, die es hier alle gibt, wie in Deutschland, brauche ich nichts extra zu bezahlen, außer die Zuzahlung, wie in Deutschland. Also das ist optimal. Die Krankenversorgung ist hier eindeutig super geregelt. Das ist schon mal eine sehr gute Information. Und ich denke, weil wir ja auch immer Leute haben, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, dass man sagt, Mensch, gerade in der Rente packe ich meine sieben Sachen, kaufe mir vielleicht ein kleines Häuschen und genieße den Lebensabend an einem Strand irgendwo in Griechenland. Wie ist das denn immobilientechnisch? Klar, auf Inseln muss man vielleicht immer schauen, wo man mit dem Platz bleibt. Gibt es denn, gerade wo du wohnst, noch günstig Immobilien zu erwerben? Also noch sind sie günstig, aber es hat sich, wie gesagt, auch hier viel, viel verändert. Und das ist manchmal sehr schmerzhaft, wenn man so erlebt, wie es halt vor über 20 Jahren war. Also das ist schon traurig, aber wer das nötige Kleingeld hat, also fündeln tut man hier immer was. Ich habe das Glück, das heißt Glück, jetzt zur Rente zu wohnen. Ich habe vorher mit meinem griechischen Mann in seinem Haus gelebt. Griechische Familienverhältnisse sind sehr, sehr schwierig. Man hat mich nach dem Tod meines Mannes innerhalb von drei Monaten aus diesem Haus geworfen, nachdem wir dort 20 Jahre lang zusammen gelebt haben. Aber egal, es ist so. Es war leider so, dass wir erst zwei Jahre verheiratet waren und ich Anspruch erst nach fünf Jahren gehabt hätte. Also all sowas, das ist schwierig. Aber ich habe hier etwas Hervorragendes halt auch zur Miete gefunden. Ich wohne an einem kleinen Häuschen mit zweieinhalb Zimmern für 300 Euro Miete im Monat, die ich in Deutschland nirgendwo mehr finden würde. Und ja, einen Vermieter, der alles für mich macht, weil wir Deutschen haben einen hervorragenden Läumund hier. Wir zahlen pünktlich unsere Miete. Es ist zum Lachen, ich weiß, aber es ist so. Der Grieche findet für alles mögliche eine Ausrede, um seine Zahlung hinzuschieben. Aber der Deutsche zahlt, so sind wir es gewöhnt, pünktlich. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, Deutschland und Griechenland im Verhältnis. Seit 2008, da ist ja auch ein bisschen was in die Schieflage geraten, emotional, verhältnistechnisch. Die Griechen haben natürlich ordentlich geflucht, dass man sie dazu gezwungen hat zu sparen und nicht einfach für alles mögliche Geld auszugeben, was eigentlich nicht da war. Und jetzt ist das Verhältnis noch belastet oder haben die Griechen es jetzt geschluckt und auch so ein bisschen ein Einsehen gehabt, so von wegen, oh, wir haben da ja vielleicht doch nicht so gut gewirtschaftet. Nein, die haben leider, glaube ich, kein Einsehen. Ich habe es damals mit meinem Mann noch erleben dürfen. Der hatte nur 780 Euro Rente. Mit meiner zusammen war das optimal. Er hat sein Haus gehabt, kein Problem. Aber innerhalb der Zeit, ab 2008, hat man ihm dann seine Rente akut gekürzt. In Deutschland gibt es dann das Sozialamt, hier nicht. Und er hat nachher noch 380 Euro gehabt, wovon kein Mensch leben und kein Mensch sterben konnte. Und der Grieche hat leider nicht gelernt, dass die Deutschen oder überhaupt die Ausländer, die hier leben, ihr Geld in ihrem Land ausgeben und nicht in ihrer Geburtsort. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Ich war früher die Frau von Christus und heute bin ich nur noch die Deutsche. Also es ist nicht einfach. Es ist schwieriger geworden. Der Grieche ist nicht einsichtig. In dem Sinne kann man nicht sagen. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wie ist es denn, sich in die griechische Gesellschaft zu integrieren? Du hast ja einen ganz speziellen Einblick. Du hattest ja eine griechische Familie oder die deines Mannes vor Ort. Dann gibt es aber auf der anderen Seite bestimmt Leute, die sich eher zurückziehen. Sagen, ich gehe dreimal in der Woche raus und gehe da vielleicht nur ins Restaurant oder so. Aber ansonsten bin ich der deutsche Auswanderer. Wie ist das, sich da in der Gesellschaft zu bewegen? Also ich merke auch, seitdem mein Mann verstorben ist, dass ich also weniger griechische Kontakte habe als früher. Früher gehörte ich einfach dazu, zum Freundeskreis, zu allem. Heute ist es sogar schwierig, dass du auf der Straße noch gegrüßt wirst. Von den Gesichtern. Ja, das hat sich sehr verändert. Ich kenne es halt anders, wie es mich damals hergezogen hat. Da war Großzügigkeit, Freundschaft, ehrliche Freundschaft, weil du, du bist und nicht eine Deutsche oder Österreicherin oder Engländerin. Du bist du und wir mögen dich, weil du, du bist. Wie gesagt, heute bin ich nur noch die Deutsche. Kommen wir auch mal, wenn wir schon über Nationen und über Länder und über Herkunft sprechen, auch mal zu dem Thema, was Griechenland natürlich auch in den letzten Jahren stark beschäftigt hat, nämlich der Flüchtlingszustrom auf die griechischen Inseln. Ist deine Insel davor oder davon auch betroffen oder ist das relativ ausgespart? Gott sei Dank ausgespart. Es sind schon genug und die gab es immer, genug Albaner und Pakistani hier, aber neue Flüchtlinge hier nicht. Und das bin ich wirklich froh darüber, weil es hat Überhand genommen, überall auf der Welt. Da kannst du hinschauen, wo du willst. Es hat wirklich Überhand genommen und ich bin immer noch der Meinung, ein richtiger, wirklicher, ehrlicher Asilant hat das Recht, um Hilfe zu bitten. Aber das sind vielleicht zehn Prozent von der ganzen Menge, die kommt und das ist nicht schön. Aber wir haben Glück, in Athen ist es extrem. Viele andere Inseln auch, wie damals immer wieder auch durch die Medien ging, Lesbos und, 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 sind dadurch kaputt gegangen. Hier ist weiterhin die Ruhe und der Frieden und das, was mich hier meinen Lebensabend in Ruhe verbringen lässt. Ruhe und Frieden sind natürlich ganz schön, aber wenn man auch mal ein bisschen was erleben will, ist es wichtig, auch ein bisschen Kultur vielleicht um sich herum zu haben. Nachtleben, Theater, Kinos und so weiter. Wie sieht es denn damit aus? Ist er bei euch quasi so hinter Tupfing oder ist da auch ein bisschen was los? Nein, also die Möglichkeiten gibt es auf alle Fälle, mehr als genug, vor allen Dingen abends im Hauptort in Eginar oder in Agia Marina. Da ist immer irgendetwas los, sogar im Winter. Also Angebote gibt es, was das anbetrifft. Im Moment läuft wieder ein Kindertheater den ganzen Sommer durch, weil jetzt sind hier in Griechenland Ferien bis Mitte September. Gott sei Dank sind die dann vorbei und die Touristen gehen alle wieder. Es ist so voll, du glaubst es nicht. Aber sie machen viel. Doch, kulturelle Angebote gibt es mehr als genug. Wir haben im September wieder unser Pistazienfest. Eginar ist die bekannteste oder die größte griechische Insel für Pistazienproduktion. Und da haben wir jedes Jahr ein Fest über drei Tage. Und davor laufen schon zwei, drei Wochen lang kulturelle Angebote im Hafen mit Konzerten, mit diesen Mittanzabenden. Doch, also kulturell wird hier schon was geboten. Wenn jemand auswandert, muss natürlich auch das arbeitstechnische Profil für ihn passen. Deswegen frage ich immer, arbeitsmäßig, was sucht denn der Ort, in dem wir gerade sind, an Arbeitskräften? Also brauchen die einen Handwerker, brauchen die einen Tischler, brauchen die einen Goldfischzüchter, brauchen die einen Hotelier und so weiter? Wonach suchen die da? Arbeitsmäßig ist wirklich hier null. Im Moment im Sommer, und die Stellen sind jetzt natürlich auch in der Saison alle besetzt, kannst du einen Bedienungsjob finden für sechs Monate vielleicht, damit der Arbeitgeber dich nicht voll verrenten muss oder versteuern muss. Gibt es hier auch bestimmte Regeln, nur sechs Monate. Dann kriegst du zwar Arbeitslosengeld im Winter über, was nicht reicht zum Leben und nicht zum Sterben. Aber einen Job hier zu finden, kannst du vergessen. Die einzige Möglichkeit, und da habe ich hier eine deutsch-griechische Freundin, ist übers Internet. Also einfach Homeoffice zu machen, Bücher übersetzen, dies, jenes, welches, langweilige Sachen. Aber das kannst du. Aber da finde ich erstmal eine Firma, die auch anständig zahlt, dass du davon hier leben kannst. Also es ist nicht einfach. Und wovon leben die Leute? Klar, der Tourismus, aber den Rest des Jahres legen die dann die Hände in den Schoß? Ja, ja, die legen dann die Hände in den Schoß. Die renovieren ihre Geschäfte, wenn genug Geld gewesen war und, und, und. Sie tun nichts im Winter über. Es gibt einige, die haben die Fischerei noch nicht aufgegeben. Die Ägäz hier ist fantastisch für Frischfisch und wir haben auch einen großen Fischmarkt hier bei uns, obwohl der Fisch teurer ist als das Fleisch. Aber das kennen wir irgendwo hier. Es ist eigenartig. Dinge, die vor Ort sind, sind meiner Meinung nach hier viel, viel, viel zu teuer. Sie haben keinen Anreiseweg, sie brauchen keine Lieferung, aber sie kosten ein Schweinegeld. Und das ist etwas, was in meinem Kopf nicht will. Das Olivenöl kriegst du in Deutschland beim Lidl billiger als hier in Griechenland im Supermarkt. Das desillusioniert mich ja jetzt schon ein bisschen, weil ich dachte eigentlich, dass es qualitativ schon einen Unterschied macht. Und dass egal welches Olivenöl bei den Griechen im Regal steht, dass das schon eine Geschmacksexplosion ist. Die Geschmacksexplosion ist eigentlich nur nach der Olivenernte im November rum, weil dann haben wir hier auf der Insel zwei Stellen, die die Oliven frisch pressen. Ich habe mir das einmal angeschaut, den Verlauf der frischen Oliven bis zum Öl, wo es am Ende der Maschine rauskommt. Und dann ist es eine Geschmacksexplosion, weil dann ist das Öl noch trübe und schmeckt wie Obst. Ah, ich kann dir nur sagen, ich fahre jedes Jahr, wenn die Ernte läuft, fahre ich in eine dieser Firmen und hole mir zwei Liter Olivenöl, weil das ist traumhaft. Das schmeckt im Salat, das schmeckt über alles, das schmeckt traumhaft. Aber sonst bin ich kein Mensch, der den Unterschied extrem schmeckt. Ob ich eine Flasche im Supermarkt kaufe, wenn er älter ist, oder frisch, ja gut, Entschuldigung, frisch merke ich den Unterschied, aber nicht, wenn er in der Flasche verkäuflich ist. Und auch hier in Griechenland kriegst du jetzt schon einen Liter, nein, 0,7 Liter Olivenöl, nicht unter neun Euro im Supermarkt. Du weißt nicht, wie alt es ist, ja, es ist Wahnsinn und ich verstehe es nicht. Aber das sind Dinge, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Wir werden vieles in anderen Ländern nicht verstehen. Was man auch nicht versteht und was man aber auch nie verstehen musste und was eigentlich auch der Sinn war, dass man es nicht versteht, war dieser ganze griechische Mythos, der Antike, der Sagen, der Götterwelt, aber man hat es auf eine gute Art und Weise nicht verstanden, sag ich jetzt mal. Gibt es noch irgendwo einen Ort oder gibt es noch Momente, da wo du lebst, wo du die Überbleibsel dieses alten Mythoses noch irgendwie greifen oder irgendwie spüren kannst? Oder stehen die Griechen da gar nicht mehr drauf? Ist es noch etwas, was Sie in Ihrer Existenz, in Ihrem nationalen Selbstverständnis noch irgendwie beschäftigt, was noch irgendwie in Ihnen drin ist? Oder ist es etwas, was wir von der Sicht von außen auf Ihre Nation irgendwie immer rein implementieren? Ich würde sagen, der Grieche hat sich verändert. Die alten Griechen ganz sicherlich, die halten an ihrem Mythos fest. Und gerade so auch hier in den kleinen Bauerndörfern ist es einfach noch griechisch. Aber die finde mal. Dort wirst du auch noch herzlich willkommen geheißen. Dort bittet man dich an den Tisch, ob man dich kämmt oder nicht. Du bist gewandert, du bist gelaufen, du hast nur eine Flasche Wasser dabei, dann kriegst du eine komplette Mahlzeit einfach auf den Tisch gestellt. Das, was die Küche gerade bietet, da geht es noch. Aber es ist so wenig geworden. Der Grieche selbst im Ort, wie gesagt, Eginar ist der Name der Insel und auch die Hauptstadt ist nur noch, ja, wie alle auf der Welt, Entschuldigung, Geld. Okay, also für alle Fernrufhörer, die noch arbeiten wollen oder müssen. In Griechenland gibt es gerade nicht wahnsinnig viel Arbeit. Aber wie sieht es mit den Rentnern aus? Schauen wir da mal drauf. Da ist natürlich das große Thema die Gesundheitsversorgung. Bist du damit halbwegs zufrieden wenigstens? Wir haben ein kleines Krankenhaus, was für Notfälle hervorragend ausgestattet ist. Nur halt nicht für Operationen. Aber ich kann immer nur wieder sagen, es klappt hier alles einwandfrei und prima. Ich hatte mir meinen Oberschenkelhals gebrochen vor vier Jahren. Ich war innerhalb von vier Stunden drüben in Athen mit einem privaten Boot und, 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 und schnell im Krankenhaus operiert. Diese Sachen funktionieren. Das kann ich immer wieder nur sagen. Und auch wie mein Mann behandelt wurde. Der hatte leider hintereinander drei verschiedene Krebskrankheiten. Aber es war großartig. Es war fantastisch. Die Ärzte, die bleiben, denen rechne ich das mehr als hoch an, weil die wollen ihrem Volk noch helfen. Weil die Bezahlung hier ist noch schlimmer als in Deutschland wahrscheinlich. Aber es gehen halt auch sehr viele. Ich weiß von einer Freundin in Nürnberg, die es jetzt bei einem griechischen Frauen hat. Ich meine, er wird wissen, warum er nach Deutschland gegangen ist. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das gerade jetzt im Hochsommer natürlich für euch ganz entscheidend ist. Nämlich auch die Hitze. Beziehungsweise die klimatischen Voraussetzungen, die ich da vorfinde. Was muss ich da beachten? Beziehungsweise wann ist Griechenland eigentlich schön und wann ist es fast nicht mehr erträglich? Man muss sich vorstellen, jetzt ist es furchtbar heiß. Juli, August sind für die, die ausgewandert sind, die Zeit des Im-Haus-Auf-Halten mit Klimaanlage. Und vor acht nicht raus, weil das hält kein Mensch aus. Aber ich habe zehn wunderschöne andere Monate hier. Und im Oktober, wenn in Deutschland überall die Blätter fallen, dann fängt es hier wieder grün und zu blühen, wie wir es vom Frühjahr her kennen. Das fängt im Oktober an. Ich ernte im Dezember meinen eigenen Blumenkohl und mein Brokkoli. Es ist einfach unbeschreiblich, dieses, ich brauche keinen Winter. Ich bin kein Mensch für Schnee und Kälte. Und das ist das Wunderbare. Das Klima selbst ist auch nicht so, dass ich sage, ich friere nicht hier im Winter. Das stimmt nicht. Wenn du im Sommer deine 42 Grad manchmal hast, sind 12 Grad plus mit Regen und Nordwinds auch kalt. Es hat alles zwei Seiten. Aber ich möchte den Winter, vor allen Dingen Oktober bis April hier, nie müssen. Das sind schöne, versöhnliche Töne, die du jetzt zum Schluss anschlägst. Und ich würde dich bitten, in deinem Fernruf den Hörern deine Perspektive noch mal darzulegen, was du über deine Auswanderung sagst, wie du die siehst und was du ihnen vielleicht direkt sagen möchtest. Tu einfach das, wo dein Herz dich umbittet. Ich bin jetzt alleine. Es ist nicht mehr einfach als Ausländer. Das gebe ich zu. Aber missen möchte ich Griechenland nicht mehr. Für mich ist Deutschland keine Option mehr. Und mit meiner relativ kleinen Rente könnte ich in Deutschland gar nicht leben. Aber ich bin glücklich und zufrieden hier. Und es gibt so viele Momente, die mich den manchmal Ärger auf die Griechen ganz schnell wieder vergessen lassen. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt hier raus schaue im Wohnzimmer an meinen Garten und sehe den Oleander blühen, die Zitronenbäune, ich habe zwei Stück, ich weiß im Winter gar nicht wohin damit. In Deutschland werden sie froh, wenn man sie verkaufen könnte. Hier vergammeln sie, verstehe ich auch nicht. Ein Thema, was mich immer wieder aufs Neue ärgert. Aber all solche Dinge, die lassen mich froh erscheinen. Ein blauer Himmel entschädigt mich oft für sehr, sehr viel. Ja, liebe Hannelore Weber, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Fernruf mit dir. Dir und deinem Auswandererleben in Griechenland wünsche ich alles Liebe und Gute. Grüß die alten Götter ganz herzlich von uns und bis irgendwann mal. Tschüss, mach's gut und danke nochmal. Ich habe das gerne getan und ich freue mich, wenn vielleicht für die Zuhörer es einen kleinen Anschluss gibt, sich zu überlegen, tu im Leben, was du gerne möchtest. Du hast nur eins. Das Volkshobby der Kanadier ist es, in die Berge zu fahren oder deutsches Bier zu trinken. Mindestens am Oktoberfest, das tatsächlich zum Zeitpunkt der Originalwiesen in München stattfindet, in der Brauerei Pfarr. Neue Einblicke haben wir nämlich bekommen vom deutschen Brauer Jochen Pfarr aus Kanada. Sehr schön. Und wir haben gelernt, dass wir dankbar sein dürfen, wenn wir nicht im Sommer bei 43 Grad in Griechenland sein müssen. Hannelore Weber muss es bis Oktober auf ihrer Insel noch ein bisschen durchhalten, bis es erträglicher wird. Aber danach sind Herbst und Winter wohl das schönste Wetter, was es überhaupt zum Leben gibt. So sagt sie. Guter Hinweis. Dankeschön, Hannelore. Und bitte geben Sie mir auch gerne einen Hinweis. Und zwar, wenn Sie jemanden kennen, der ausgewandert ist. Oder noch viel besser, wenn Sie das selber vorhaben. Schreiben Sie mir gerne über fernruf.kontrafunk.radio. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Stanowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio www.kontrafunk.radio